Hallo meine Amigos und herzlich willkommen zu diesem Infovideo und zwar geht es heute darum, was haben wir aktuell als Server und wie kommst du auf den Server drauf und um was geht es überhaupt bei der ganzen Sache. Vorneweg, du brauchst Discode, um mitmachen zu können und wie das ganz genau abläuft, zeige ich dir jetzt. Um was geht es bei den Sari-Servern? Die Sari-Server gibt es jetzt mittlerweile schon seit vier Jahren, gibt es für Playstation 4 und Playstation 5 natürlich. Wir haben die Maps wie zum Beispiel The Lost Island BVE, Crystal Isles BVE, Ragnarok BVE, dann haben wir noch Genesis 2 BVE, The Island BVE und einen BVB-Server. Da sind jetzt zwei, aber einer fliegt jetzt dann, weil wir brauchen nur einen BVB-Server, weil nicht so viele BVB-Spiele bei uns auf dem Server drauf sind, da reicht einer vollkommen aus. Dafür kommt halt ein Event-Server dazu. Wenn wir Events machen, machen wir das auf diesen Server. Dann kommt natürlich im Sommer noch Fiatur, wird auch ein eigener Server und was wir noch dazu haben, ist ein Server, der ist random. Da werden monatlich die Maps geswitcht und da könnt ihr im Discord aussuchen, welche Map ihr wollt. Aber wie geht das jetzt, dass ihr dazu geht? Geht auf meinem Video, egal auf welchem, schaut unten, da ist irgendwo ein Nitrado-Spendenlink. Der Spendenlink gehört angekriegt, da gehört mindestens ein Euro auf das Nitrado-Konto verbucht. Darauf habe ich keinen Zugriff, das ist nur für die Server, weil mein Partner ist Nitrado, der ermöglicht uns viel, aber ab und zu brauchen wir da auch ein Geld und deshalb machen wir Serverspenden. Auch noch dazu kommt der Punkt, dieser eine Euro macht aus, ob Idioten auf den Server kommen oder Leute, die ernsthaft spielen wollen. Wir machen das jetzt schon seit vier Jahren und das passt. Also dieses System geht einfach auf. Haben wir gemerkt? Jo, das läuft. Wenn du jetzt aber deinen Partner mitnehmen willst oder deinen Sohn oder sonst was, dann bitte zwei Euro spenden. Probersohn, ein Euro, kannst auch fünf, kannst auch zehn, kannst auch hundert, kannst auch tausend Euro spenden. Spielt keine Rolle. Ein Euro mindestens, Probersohn. Dann schreibe einfach bei der Spende dazu, ich bin der und der von Discord. Fertig. Dann kommst du auch schon zum nächsten Schritt. Du hast gespendet, dann hier der nächste Schritt. Du gehst auf Discord, der Link ist auch unter dem Video verlinkt, unter jedem Video verlinkt. Dann gehst du in die Gruppe, ich habe gespendet, wurde noch nicht angenommen, das ist diese hier. Dann schreibst du einfach rein, so wie hier, der Sari, mich markieren bitte, ich habe gerade gespendet, Nitrado-Name, bla bla bla. Ich check, ob das wirklich so stimmt, weil manchmal war es auch nicht so und dann bekommst du den Mitspielerrang, du wirst grün beim Namen und wirst willkommen geheißen und dann kannst du in allen Reitern reinschauen. Außer bei Admins natürlich, da hast du nichts verloren, aber sonst kannst du natürlich überall rein, wo du rein willst und bei Server-Infos findest du das ganze Zeug, welcher Server, Passwort und so weiter und so fort. Das müssen wir über Discord machen, weil es sind relativ viele Leute und ich kann nicht jeden anschreiben, wenn wir einen Passwortwechsel haben oder sonst was. Bitte niemals das Passwort weitergeben, weil sonst bekommst du einen Permabun, auch dein Mitspieler bekommt den Permabun, den du das Passwort gegeben hast. Ganz, ganz blöde Sache, also bitte immer das Passwort für dich behalten, weil es darf für kein Problem sein, 1 Euro zu spenden, um Mitspieler zu sein, weil dafür bist du auch auf einem geilen Server, wo eine eigene Game-Inni geschrieben wurde, wo alles anders ist. Lost Island ist jetzt noch ein bisschen Vanilla, aber sonst ist Server, man kann von Server zu Server reisen, man hat eigene Rezepte, es ist ein bisschen gepusht, also alles voll geil. Die Leute sind voll nett, die Admins sind super und Nitrado ist sowieso beste. Will ich dazu sagen, Leute, wir sind immer im Wechsel natürlich, jetzt kommt dann FiorDuo, dann fliegt vielleicht ein anderer Server oder es kommt halt einfach einer dazu. Richtig, richtig geil. Und wenn du Interesse hast, einfach unten 1 Euro spenden, Discord joinen und du bist dabei und kannst 24-7 zocken. So schaut's aus, Leute. Ich hoffe, ihr könnt euch weiterhelfen und wünsche wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Ehre. Habitere! Bis zum nächsten Mal.